heute koche ich voll auf ich habe mega hunger und zwar gibt es heute fischstäbchen und eine videobescheidung verlinkt alles verlinkt hier hinten am laufen habe ich schon einige videos davon gemacht der hilft wirklich jedem lauch dabei zuzunehmen aus meiner eigenen erfahrung selbst das ist wahnsinn ich war ich bin zwar immer noch ein lauch aber ich habe echt acht kilo mit diesem shake zugenommen checkt das video aus sehr gut ansonsten mache ich mir noch einen salat ich es zurzeit echt fast jeden tag oder jeden zweiten tag salat gurke und tomate das ist zurzeit mit schafskäse so ein bisschen fertiges dressing da schimpfen gleich wieder einmal wie kannst du denn da fertig ist ich liebe dieses dressing alter daher ist mir wurscht wenn da jemand sagt das ungesunde das gesündeste ist es sowieso nicht ein fischstäbchen wirst du die panade alleine der tod der zucker alle sachen ist schon wurscht und es ist schon das wichtigste bei fischstäbchen ist vor allem die gleichmäßig knusprig zu machen das ist so das kochen alleine kann man das ist ja erwärmen erhitzen wie viele beschimpfen darf nicht zu heiß werden nicht zu kalt sonst werden die folge saugt und matschig ich habe matschige fischstäbchen oder fischstäbchen im ofen das ist so richtig das ist was richtig gutes so da hinten mal noch die shake jetzt habe ich mir noch erdnungsbutter und olivere und ein richtiger koch bin ich nicht dass ein richtiger koch braucht der kein wirkliches rezept der macht auch gefühl und vom geschmack her und kann es verfeiern so kann ich schon aber geschäfte machen das ist schon ein bisschen Das schmeckt so gut, das schmeckt so gut. Das schmeckt so gut. Das schmeckt so gut, das schmeckt so gut. Das schmeckt so gut, das schmeckt so gut. Das schmeckt so gut, das schmeckt so gut. Das schmeckt so gut. Das schmeckt so gut, das schmeckt so gut. 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 Das schmeckt so gut.